so ich wäre wieder da das mit ich glaube ich mache da noch mal eine zweite kiste ja gibt es nicht eine große kiste irgendwann ja da brauche ich eine eisen und aluminium hey nehme ich nehme ich beides aluminium und dann können wir eine große kiste machen ach du meine güte gibt es nur frei ach so ist ja ja ok mach ich irgendwie bestimmt sortieren gleich und noch ein paar kisten hinstellen erst mal alles rein ja oder dass wir sagen dass wir das unfertige material nicht eingeschmolzene was übrig ist immer in die kleine kiste das können wir machen ja ja das können und waren in die großen wir wollen mich das gerade schon mal so ein bisschen um und dann wir wollen du hast schon wieder so spuck fischer ein habe ich schon ziemlich runter meine ist auch tot an zweites auch tot ich hatte direkten critical hit müssen der erste direkt in den kopf wo ist die werkbank hier drüben machen wir denn was auch schon hier ich habe stahlplatten und ich habe gummi wie machen wir denn das andere sachen die ford die ford mit sicherheit hast du hast du uran schon eingeschmolzen ich bräuchte vier stück haben wir die ich glaube 40 oder was oder war das ach nee das war nicht uran ein einen hat mir dachte ich gerade ja doch blutonium haben wir ein ja ich mache gerade aber die anderen drei passt hier ist noch mal okay in der kleinen kiste also fünf roh material wenn du ihn noch einstecken hast okay mit dem hier okay vier von was würde ich jetzt machen ach so eine schmelze aluminium eisen was ist das dunkle was sind das dunkle was er dann da haben will was willst du bauen wo bist du gerade eine ford flutonium titan und titan es steht doch dran na ich hab's nicht ich hab's nicht gerafft oder aluminium aluminium nein nein haben wir noch kein titan gefunden oder dann kann ich das noch nicht bauen ja okay dann gehen wir mal ein bisschen kram suchen würde ich sagen gehen wir zusammen oder ich bin hier oben ja du kannst wieder rechts rechts zu den steinen in der hoffnung dass da nix kommt oh plutonium ist mein tool jetzt kaputt gegangen ja meins geht auch gleich kaputt leider ich werde schon wieder angegriffen ich habe nur noch fünf schuss wo ist es im sand verschwunden kommt wieder her macht ein abgang ja und wie ganz komisch holt vielleicht seine freunde ja mein tool wie gesagt ist auch nicht mehr das neueste wie kriege ich ein neues man der workbench kannst du dir ein ähnliches herstellen falls du den skill hast ansonsten muss ich das machen weil ich kann es meines erachtens nachher stellen ich muss nur gucken was ich dafür braucht an material ich müsste stein axt stein axt müsste ich könnte ich mir machen das müsste doch langen oder steht da was von von abern also meiner mining dran nee nee dann wohl eher nicht leider ja ja dann kannst du bist du auch die sachen durchgegangen die du noch nicht bauen kann ich kann ich sehe nur sieben sachen in der workbench ist es ja und da steht bei dem einen steht mining mit dabei ich kann nicht dran wenn du dran bist ja okay ich bin schon weg ja also ich kann das konnte ich brauche eine neue ding ist eine neue wo stand das denn mit dem mining gefunden in der in das gilt habe conduit bänder links in dem lilan war ich jetzt mal unter der schaufel da steht nach da aber da brauchst du einen fabricator oder printer das müsste ich doch bauen können mir den schiesel in sofort printer oder fabricator direkt in der hand ja und die ford kann ich nicht bauen das ist das was ich bauen wollte habe ich es im inventar und es ist kaputt oder conduit bender was ist das denn eine pickaxe haben wir doch wo habe ich vielleicht das falsche werkzeug benutzt die ganze zeit ich habe jetzt ja dieses dieses den hammer da ich habe eine spitzhacke einstecken ich habe eine spitzhacke einstecken vielleicht vielleicht krieg ich dadurch ist geile sachen daraus hast du auch du brauchst wesentlich weniger schläge also leute nehmt euch an uns kein beispiel bitte nicht ja guckt weit genug dann wisst ihr was wir machen ich krieg nur mein aluminium magnesium und kupfer ich erschreckt die ganze zeit von meinen eigenen schritten das ist total nervig warum das ist das eigentlich stehe und mich aber noch bewege wo aber dann muss ich jeden einzeln drücken jeden schlag mal konnte ich einfach halten ich hab grad carbon gefunden das war jetzt nice diese komischen roten stechdinger die da oben liegen hast du da schon rausgefunden was man damit machen kann welche roten stechdinger wenn du reinläuft geht ein anzug kaputt ach so ja das weiß ich dann keine ahnung du meinst diese art seesterne da oder irgendwas ich werde schon wieder angegriffen ich weiß noch nicht von was junge 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 ich habe dich geschlagen hast du schaden ja ja ok dann lasse ich den stein in ruhe jetzt fang meine mann erneuern ne das kann ich umstellen ach so ok also nicht im spiel aber ich glaube bevor du startest oder so ja ja so wie ich dich eingeladen hab wenn man weiß wo man drücken tja glas wäre auch mal ganz nett da könnte ich einen reparaturtisch basteln glas kannst du also erstens habe ich glaube ich glas einstecken ach ach so das muss man da brauchen wir auch die schmelze erst ne glas habe ich nicht einstecken ja glaub schon musst du das kann ich dir gar nicht so sagen ei 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 und die felsen die hier rumliegen diese rox kann man wahrscheinlich auch nur die wände mitbauen ungefähr da braucht man die auch tut es mal obwohl da gibt es so eine stein axt ne ja ich hab immer noch kein titanen hast du drückte auch immer tab um zu gucken ja ich hab magnesium ich hab carbon ich hab eisen und aluminium ziemlich viel aluminium und polonium habe ich auch aber carbon habe ich 43 immerhin also ich würde aber gleich auch wieder zurücklaufen gehen ich bin schon relativ voll das waren das ich glaube mit der axt und wenn du dann bäume fällst wenn man pflanzen kaputt schlägt meine ich werden angriffspunkte wenn man meine nummern tasten funktionieren würden und nicht endlich mal auf 5 schalten könnte ich bin zu 130 prozent voll ja eben habe ich auch die 100 prozent ja 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 was 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 alles gut ich bin erschrocken ja schrocken kaum noch laufen wie gerade ja ja Das war's für heute. Ich kann während ich flieg nicht, also während ich das Jetpack benutze, kann ich nicht meine Waffe ändern. Das wär auch dämlich. So, ich find nicht mehr nach Hause. Und ich hab gesagt, ich hab mir Verstärkung geholt. Du hast ja eine Orientierung wie eine tote Kuh. Ja, ja. Wenn wir so spielen, ja. Leider. Ich hab noch Carbon gefunden. Das muss ich jetzt leider auch noch mitbringen. Aber das Messer geht ja auch ganz gut ab. Also, für die, für die mittelgroßen, die kleinen und die mittelgroßen Viecher zumindest. Da kann man ja auch nicht meckern. Habe ich noch nicht ausprobiert, kann ich hier so nicht sagen. Oh, oh shit. Ich bin in so'n Seestern-Gelau. Oh. Oh. Ich glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Ich glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Ich glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Ab wann bleibt er denn eigentlich stehen, weißt du das? Das finde ich schon mal so überladen, dass er gar nicht mehr vorankommt. Nee. Ich glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Da klickt man ja die Maus kaputt. Das ist ja schrecklich. Ich habe 330 mal Magnesium. Ja, was meinst du, was ich mir eben weggeklickt habe, du? Ja, ich hatte über 400 Mal Eisen. Das kann doch nicht sein, dass man da alles einzeln kann. Kann man nicht mit Steuerung und alles oder so? Gibt's doch nicht. Kann ja wohl nicht sein. Das wirst du alles schon ausprobiert haben, nehme ich mal an. Alt und Steuerung, ja. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.